hallo und herzlich willkommen zu mehr arzt für dich mein name ist martin leinung und heute möchte ich ihnen etwas erzählen über gesunden schlaf wie schlafen wir optimal 23 jahre unseres lebens verbringen wir im schlaf und man sagt mittlerweile wobei das von mensch zu mensch unterschiedlich ist dass ungefähr sieben stunden schlaf pro tag das optimum für einen erwachsenen darstellen im schlaf wird unser gehirn neu organisiert wir speichern erinnerungen und erlebtes ins langzeitgedächtnis es hilft uns auch probleme zu lösen das ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen und auch der körper erholt sich im schlaf zum beispiel funktioniert wundheilung besser wenn wir gute schlafphasen haben wir holen uns also an geist und körper und seele aber wie schläft man richtig da gibt es mehrere tipps und die vorbereitung eines guten schlafs beginnt schon am nachmittag und am abend wichtig ist wir sollten versuchen keine schlafmittel zu nehmen versuchen sie auf nikotin zu verzichten nikotin ist anregend und genau das wollen wir nicht wenn wir gut schlafen wollen ungefähr vier bis acht stunden vor dem zu bett gehen je nachdem wie empfindlich sie darauf sind sollten sie keinen kaffee mehr konsumieren des weiteren kein alkohol vier stunden vor dem zu bett gehen alkohol hilft einem zwar schneller einzuschlafen aber es stört die schlafarchitektur das heißt unsere normalen ablauf der schlafphasen sie sollten die letzte malzeit etwa drei stunden vor dem zu bett gehen zunehmen sie sollte nicht besonders schwer nicht besonders fleischhaltig sein und nicht besonders umfangreich sondern eher leicht und gesund wenn sie später noch etwas essen oder trinken möchten dann sollten sie wasser zu sich nehmen oder milch eine milchmahlzeit oder leichten keks aber nicht schwereres etwa zwei stunden bevor sie zu bett gehen sollten sie vom beruf komplett abschalten und nur noch sich mit freizeit aktivitäten befassen die sie nicht belasten so dass sie den ballast des arbeitstages hinter sich lassen können und maximal eine halbe stunde vor dem zu bett gehen sollten sie sich mit einem gewissen ritual befassen das kann sein dass wir die kinder zu bett bringen gucken ob die kinder schlafen noch mal die türen verschließen ein abendgebet was auch immer sie in ihren tagesablauf integrieren möchten haben sie ihre routine denn je regelmäßiger sie etwas machen umso mehr gewöhnt sich auch ihr körper an die regelmäßigen schlafphasen wichtig ist auch dass man ungefähr zur selben zeit zu bett geht wie sonst auch am wochenende sollte man die zu bett gehen und aufsteh zeiten nicht mehr als 30 minuten nach vorne oder hinten schieben das schlafzimmer sollte eigentlich selbstverständlich ein ort der entspannung sein aber nicht immer gelingt das man muss mehrere punkte beachten relativ offensichtlich dunkelheit und ruhe sofern man das beeinflussen kann wenn ich von außen eine straßelaterne hinein leuchtet braucht man vielleicht mehr sichtschutz vor dem fenster die ruhe ist wichtig es wird empfohlen zwischen 16 und 18 grad celsius also ein eher kühler aber sollte nicht kalt sein sie müssen die heizung nicht vollständig ausstellen und die ganze zeit das fenster auf kipp haben das könnte ja auch wieder zur lärmbelästigung von außen beitragen aber wichtig ist dass der raum gut gelüftet ist wenn sie sich zum bett begeben sie sollten sich nicht beengt fühlen das heißt die schlafkleidung sollte nicht eng sein sondern leicht und locker genauso auch die bettdecken eher leicht auf ihnen liegen natürlich warm genug sein und bett und matratze sollten auf sie auf ihr alter auf ihr körpergewicht und eventuelle einschränkungen des bewegungsapparates eingestellt sein damit sie gut liegen und wohl schlafen was nichts im schlafzimmer zu suchen hat sind dinge die mit dem beruf zu tun haben so dass sie sich doch noch damit beschäftigen spannende unterhaltungen nicht empfohlen sie sollten keinen horrorschocker oder einen krimi lesen sondern eher seichte literatur irgendwas unterhaltsames fernseher im schlafzimmer sind nicht empfohlen denn die sind eher störend anregend und sie wollen ja zur ruhe kommen und zur ruhe finden und auch essen speisen haben nichts zu suchen etwas zu trinken wenn sie nachts durst haben das durchaus diese schlafgewohnheiten wirken nicht sofort wenn sie es einen tag oder zwei tage ausprobieren werden sie nicht so schnell eine veränderung feststellen allerdings wenn sie das über mehrere wochen betreiben können sie schon veränderungen merken und von diesen punkten die wir eine liste aufgeführt haben werden sie vielleicht nicht alle umsetzen können vielleicht betreuen sie noch kleinkinder die in der nacht zu ihnen kommen vielleicht können sie lernen von einer diskothek nebenan nicht vollständig ausblenden dann nehmen sie lärmschutz versuchen sie was geht und auch einzelne maßnahmen in kombination können schon helfen dass sie zu einem tieferen und gesünderen schlaf finden was wenn ich nicht einschlafen kann wenn sie länger als 30 minuten sich im bett aufhalten und nicht einschlafen können dann stehen sie ruhig auf wir sollten aber vermeiden ein helles licht sich auszusetzen sondern gehen sie entspannenden tätigkeiten nach machen sie leichte unterhaltung kein fernsehen aber ruhige musik kann helfen lesen sie irgendwas unterhaltsames oder schreiben sie einen brief was auch immer was sie machen können zur zerstreuung und entspannung und dann versuchen sie später noch mal ins bett zu gehen es bringt nichts immer auf die uhr zu schauen sich selbst zu quälen ach ich muss doch jetzt einschlafen ist schon zwei um morgens vergessen sie es versuchen sie das entspannt zu sehen sie sollten schlaf tagsüber vermeiden damit sie den schlafhunger für die nacht haben und sie sollten generell nicht viel länger im bett liegen als sie für den schlaf benötigen also wenn sie wach werden stehen sie schnell auf wenn sie schwierigkeiten haben morgens richtig wach zu werden ist es hilfreich dass sie sich licht exponieren und dann möglichst ein helles badezimmer sofern sie etwas haben oder wenn es winter ist wenn es dunkel ist versuchen sie möglichst angenehmes licht anzumachen in einer tageslicht ähnlichen farbtemperatur solche glühbirnen bekommen überall im baumarkt und suchen sie sich einen bereich wo sie morgens sich aufhalten wo sie möglichst helles licht installieren so dass sie ein gefühl von tag und frische und helligkeit bekommen bleibt die frage habe ich jetzt einen guten schlaf reicht mir das für mein tagesgeschäft wenn sie sich nicht sicher sind diese frage zu beantworten dann können sie zum beispiel einen solchen fragebogen verwenden da wird in acht situationen dargestellt in denen sie möglicherweise überhaupt nicht oder sehr schnell und sehr leicht einschlafen zum beispiel im sitzen lesen vor dem fernseher wenn ich in einem vortrag bin und zuhöre und sie können null bis drei punkte vergeben sie gesehen es selbst von kein risiko bis ein sehr hohes risiko und sie markieren all diese punkte und zählen nachher die summe der von ihnen angekreuzten felder dann zusammen und wenn sie 0 bis 6 punkte haben bedeutet das im prinzip das ist ein normalbefund das darf sein sie sind nicht übermäßig tagesmüde sieben bis neun punkte bedeuten sie haben eine erhöhte tagesmütigkeit wenn sie die ursache kennen zum beispiel sie müssen öfter nachts auf toilette oder sie haben ein kleinkind das in der nacht immer weckt und dadurch ist ihre schlafarchitektur das heißt der aufbau ihrer schlafphasen gestört dann kann das normal sein und es sollte wieder vergehen wenn zum beispiel das kleinkind gut durchschläft wenn sie zehn punkte haben oder mehr dann liegt bei ihnen eine krankhafte übermäßige tagesmüdigkeit vor diese sollen sie vom arzt untersuchen lassen zu wem sollen sie hingehen würde vorschlagen zu einem hals und ohrenarzt der idealerweise auch schlafmediziner ist oder sie lassen sich von ihrem hausarzt zu einem somnologen so heißen diese schlafmediziner direkt überweisen ich hoffe diese tipps und ratschläge und informationen haben ihnen geholfen sich ein bisschen über das thema zu informieren vielleicht finden sie jetzt zu einem besseren und erholsameren schlaf vielen dank für ihr interesse ich freue mich wenn es ihnen gefallen hat und wir freuen uns natürlich auch besonders über einen daumen hoch abonnieren sie gerne den kanal und hinterlassen sie uns ihre fragen und kommentare unter dem video was interessiert sie noch wo wollen sie mehr wissen herzlichen dank machen sie es gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal